Ah, jetzt geht's abwärts, abwärts, wuuuuhu, Aldemar, HD, he he, toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Subnautica. Letzte Folge haben wir das... Wir trinken gerade, äh, ich meine, wir verdursten gerade. Ja, wir sind hier reingegangen, ich sehe gerade, die Tür ist wieder zu, was soll das? Wir haben das doch gerade jetzt aufgeschweißt. Meine Güte, wie auch immer, wir müssen jetzt unbedingt was zu trinken finden. Äh, ich glaube, wir machen mal kurz einen Stopp bei unserer alten Basis. Müssen wir gerade ein bisschen das Inventar leer machen, sonst schaffen wir das nämlich nicht mehr. Wir würden wahrscheinlich jetzt verdursten, wenn wir zurücklaufen würden. Oh, guck mal, wir haben sogar jetzt auf einmal Platz, was ist denn hier los? Wann ist sonst nicht so viel Platz? Okay, wie auch immer, keine Zeit zum Reden, wir müssen zurück zur alten Basis. Da, diese Richtung. Wann machen die Wale denn so viel Krach? Meine Güte. Richtig laut heute. Okay. Ab nach Hause. Wasser, nein, keine Mineralien suchen. Wir nehmen aber Fischis mit unterwegs. Haben wir noch Strom? 31 Energie. Ich hoffe, nicht reicht das noch. Oh je, meine. Mein Gott, Walter. Es könnte schief gehen. Oh, guck mal, hier ein ganzer Schwarm. Alter, was ist denn hier los? Neue creature discovered. Rein in meinen Magen. Da seid ihr gut aufgehoben. Noch 6%. Die brauchen wir mal gerade. Ich glaube, es gab wieder ein Update. Deswegen waren vielleicht die Luken jetzt wieder zu. Ich meine nämlich, da gab es ein kleines Update. Das kann halt dann passieren und dann sind halt so bestimmte Objekte auf der Karte wieder zurückgesetzt. Ja, außer die Sachen, die wir gebaut haben natürlich. Die könnten aber dann halt auch unter der Erde auf einmal sein. Das ist auch möglich. So, hoffentlich habe ich den Fabrikator nicht abgebaut, aber ich glaube nicht. Das wäre sehr dämlich gewesen. Wir haben ja auf jeden Fall Melonen. Die können wir essen. Schau mal, die halbe Miete. Okay, wir haben noch zu trinken hier. Dann nehme ich die Fische mit. Ich trottel. So, dann gehen wir mal kurz trotzdem die Fische verarbeiten. Die Fische, Lines. Wir können die pökeln. Das ist eine gute Idee. Gepökelt. Kommt immer am besten. So. Dann jetzt, äh, Wasser. Wie viel habe ich aufgesammelt? Zwei, glaube ich. Das kann sein. Zwei Blasen Fischis. Oh, das war es schon. Wir können schon wieder zurück. Alles klar. Whee! Und zurück. Station Kevin. Da ist der Exosuit. Da müssen wir hin. Dann reisen wir zurück, obwohl ich gerne noch ein bisschen Silberfarmen würde. Wir gucken mal. Wenn ich noch ein Silbervorkommen finde, dann... Oh, scheiße. Nein! Ah, dann machen wir das so. Ich muss die Batterien aufladen gehen. Sind das ein neuer Musik-Soundtrack? Ich kenne ihn noch gar nicht. Mal lauter machen gerade hier. War genauso laut. Oh, 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 oh. Die Wale sind ziemlich abgefahren momentan. Die sind ziemlich aktiv. Was ist das? Guck mal hier, was ist denn da los? Die sind sich echt am Kloppen um irgendwas, die Fische. Aber was jagen die denn? Die jagen doch sonst nie irgendwas. Hm. Wir werden es irgendwann raus... Oh, guck mal, da sind die Killer. Deswegen bin ich schon mal gestorben. Wegen diesen komischen Kranken. Da stört man nämlich fast direkt von. Ich glaube, die machen 90% Schaden oder so. Wow. Ja, guck mal, der dreht nämlich nur im Kreis. Der ist, glaube ich, kaputt. Wahl EXE has stopped working. Okay, alles klar. So, wir suchen noch ein bisschen Silber. Äh, leider ist die Lampe nicht mehr so stark. Und es ist Nacht. Wups. Wir müssen irgendwo den Felsrand finden. Hier, das ist eigentlich ganz gut. Hier sind Trümmer. Trümmer, Trümmer, Trümmer. Da ist der Snackautomat. Kann ich den mitnehmen? Nein. Mann. Das wäre cool, wenn man da die Chipstüten rauskriegen würde. Das kommt bestimmt noch. So als, äh, rettender Lebensmittelschub. Ein bisschen lauter machen. Was ist denn hier los, ey? Sonst hört man den immer... Und jetzt ist das Spiel total leise geworden. Okay, wir müssen Station Kevin. Wir müssen in die Richtung. Aber ich würde gerne noch... Wo bin ich denn? In welchem Rotgraspium bin ich denn hier überhaupt? Was ist denn Weg? Oh, was ist denn hier los? Was ist das denn dafür noch? Oh, nee. Nee, da gehen wir nicht rein. Zu gefährlich. Hallo, ihr Silbervorkommen. Wo seid ihr denn? Versteckt euch doch nicht vor mir. Hm. Ich glaube, Silber können wir aber nicht suchen, ne? Ach, nee, halt. Wir müssen noch zum... Ach, scheiße. Das kommt davon, wenn da zwischendurch mal Pause liegt. Zwischen der letzten Aufnahme. Wir müssen noch zum Franz. Ich bin noch mit dem U-Boot hingefahren. Da! Ja, das ist Silber. Sehr gut. Whee! Oh, komm schon. Sehr gut. Jetzt brauchen wir das wahrscheinlich nicht mehr. Naja, gut. Kann sein. Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Hauptsache, wir nehmen was mit. Ja, wau, 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 wau. Oh, Mann. Wir brauchen so einen Armer mit einem U-Boot selber. Das wäre toll. Aber nein. Wir dürfen keinen Spaß haben. Es ist ja eigentlich schon einiges an zu vorkommen. So ist es nicht. Und... Jetzt. Komm schon. Geht doch. So, aufsammeln. Hoffentlich haben wir genug Platz. Sehr, sehr gut. Wunderbar. So, Franz. Wo bist du? Da. Okay. Oh, da ist noch mehr Silber. Ne, wir haben jetzt erstmal genug. Wir brauchen Titan. Wir müssen unbedingt nochmal, äh, den Reichweitenmodus erhöhen. Ich glaube, ein oder zwei Module können wir noch reinsetzen. In, äh, den Scannerraum. Und dann suchen wir weiter Titan. Weil ich möchte meine Station ja ausbauen. Äh, und die Expedition, äh, Lost River starten. Ich muss ja den neuen Baum finden. Den ziehten Drachen. Den Seedrachen müssen wir finden. Äh, wahrscheinlich wird der automatisch dadurch gefunden. Ne, halt, wir müssen dafür ins Lava-Biom. Genau. Und ja. So ist es auf jeden Fall. Können wir uns da reinziehen? Das würde ich mal gern wissen. Geht das? Äh. Ah. 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 Scheiße, wir hängen fest. Hahaha. Hahaha. Jetzt los. Mit aller Gewalt und Kraft. Du schaffst das schon. Ah. Ah. Ja, danke. Danke. Okay, dann mal zurück. Ich könnte auch ein paar Blumen unterwegs holen eigentlich. Ein paar Blumen für meine Blumenpötte. Guck mal, was ist mit dem war los. Guck mal, der hat voll den Knall. Guck mal. Habe ich den getötet? Habe ich den vielleicht getötet? Ne, guck mal, was ist mit dem los? Ne, machst du ein Looping? Nicht rammen. Nicht rammen. Alarm, Kollision steht bevor. Schnell ausweichen zum Station, Kevin. Oh, wir werden gerammt auf jeden Fall. Wir heben ein bisschen ab hinten. Okay, dann zurück. Sehr gut. Wir haben nochmal Silber gefunden. Das ist sehr gut. Die Musik wieder ein bisschen laut. Die Wale sind aber auch laut. Oh Gott. So. Okay. Auf nach Hause. Wir können endlich weiterbauen. Mal sehen. Wir müssen auf jeden Fall nicht tauchen mit der Franz. Wir springen gleich einfach ab. Mit dem Exosuit. Das kommt bestimmt super gut. Mal hier gerade das Mikro ein bisschen höher machen wieder. So. Okay. Nein, das ist nur nah dran. Wir rammen noch gar nichts. Mann, ich will schneller fahren damit. Wann gibt es denn endlich das Speed Upgrade? Das Cyclops Speed Upgrade. It's really necessary. Ach komm, wir können uns ein bisschen umgucken. Noch können wir ja. Noch ist es nicht zu tief. Ich könnte auch weiter runter gehen, aber nee. Ich will ja abspringen. Nee, war das schön. Nee, wäre das schön. Licht an. Licht aus, Licht an. So. Ich glaube, so weit müssen wir gar nicht. Wir fahren jetzt gleich unter der Insel durch und dann sind wir eigentlich schon so gut wie da, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall schon ein gutes Stück. Oh, Energie. 250 von 1200. Da ist die Insel. Da ist die Insel. Wir könnten eigentlich mal kurz ein paar Blumen holen. Das ist eine gute Idee. Okay. Station Kevin. Kurze Halt. Am Float Island für ein paar Blümchen. Damit wir sie auch mal in die Pflanzenpötte einpflanzen können. Damit sie ein bisschen schöner drin aussieht. So. Halt. Wiek. Aussteigen. Okay, alles klar. So. An Bord der Insel. Und Blümchen suchen. Oh, was macht der denn in Zapnautiker immer? Blümchen pflücken. Operation Blümchen pflück. Hier, die reichen schon. Erstmal. Zwei Stück. Bla, bla, bla. Okay, das reicht. Wieder zurück. So schnell geht das. Wie sammelst du Blumen mit deinem Messer? Oh, guck mal hier. Damals. Als ich noch Motti befreien musste. Ja, bald gibt es kein Terraformer mehr. Ich hoffe, die lassen ihn wenigstens als Cheatcode im Spiel. Damit man dadurch Sachen freiräumen kann, eventuell. So. Okay, tauchen. Das ist so nass noch ein bisschen zu leicht. Das könnte ein bisschen lauter sein, weil ich finde das eigentlich ziemlich cool. Bing. Bum. Und die Hupe. Das verstehe ich ja sowieso nicht. Was bringt die überhaupt? Spaß. Und Freude. Guck mal, Energie. 230. Singt immer noch. Ja, wir haben ja, äh, nehm, das Energiezellenauflade-Ding müssen wir noch bauen. So viel dazu noch. Station Kevin. Ist hier unter uns? Station Kevin. Da ist sie doch. Meine Güte, hab ich nicht gesehen. War unterm Lenkrad. Bisschen Tiefen tauchen vielleicht. Ich seh's nicht. Station Kevin. Hallo. Da, noch weiter. Ja, schade, sehe ich jetzt nicht mehr hier dran. Das ist aber doof. Das ist aber doof. Ich kann aber jetzt schon abspringen. Ich weiß ja bald nicht, wie weit wir weg sind davon. Oh nein. Ich komme ja nie wieder hoch. Ah doch, komm, ich kann ja hochschwimmen. Das geht ja auch. Wenn ich jetzt abspringe. Wir springen aber ab. Das wollte ich ja. Das ist mein Traum. Da unten. Ne, noch weiter. Meine Güte. Wir nähern uns ja gar nicht. Warte, ich könnte es hier mit. Ja, da. Station Kevin. Kevin! Oh Mann, ey. Ich sehe immer an Kevin Alleyne zuhause, wenn die Mutter so schreit. Kevin! Und dann umfällt. Okay, ich glaube das... Ne, noch ein bisschen. Ein bisschen so. So in der Mitte. Wie so beim Bombenablauf bei War Thunder oder so. Bomben los! Bombs away! Okay. Los geht's. Ab in den Exosuit. Und dann... Bauen. Halt, wir brauchen eigentlich mehr Ressourcen aus... Ah, jetzt geht's abwärts. Abwärts! Wir fallen und wir fallen und wir fallen und wir fallen. Und ich tut uns das nicht weh. Yeah, 3-Buy-Fallout mit dem Power-Suit. Guck mal, gut gezielt, ne? Ich weiß. Ich glaube, ich habe... Scheiße. Ich habe ja, glaube ich, noch gar nichts gebaut, ne? Ich glaube, ich brauche das U-Boot dafür. Guck mal, sind wir irgendwie schräg? Guck, wir stehen irgendwie schräg. Guck mal. Warum stehst du so schräg? Ah, jetzt gehe ich gerade. Naja, gut. Wir müssen doch nochmal hoch. Wir bauen ja an Bord dieses Schatzileins. Das wäre schon ein bisschen doof gewesen. Ist nicht gewesen. Ist doof. Ich bin ja runtergegangen. Wir müssen auf jeden Fall den Energiezellendingen spawnen. Ich glaube, als nächstes. Obwohl, unser Bioreaktor reicht wahrscheinlich nicht. Der hat dann direkt keine Power mehr. Und ich weiß noch nicht, wo der Atomgenerator ist. Den haben wir auch noch nicht gefunden. Oh. So viel. So viel zu erleben. So viel zu machen. So viel zu tun. Erstmal sinken. Erstmal sinken. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Und. Halt. Halt. Okay. So. Okay. Wir brauchen Strom. Jetzt muss ich gut überlegen. Vielleicht noch mehr Bioreaktoren. Aber. Wir gehen erstmal nochmal an Bord. Wo ist nochmal der Eingang? Hier. Ne, warte mal. Wo war der Eingang? Da. Oh, ein bisschen auf der falschen Seite. Welcome aboard, Captain. Okay. Wir können hier noch einen Bioreaktor reinmachen. Bioreaktor Nummer 1. Wie laufen denn die Fische noch gerade so? Geht. Hm. Ich habe keine Energiequellen mehr. Muss Batterien aufladen. Das brauche ich auf jeden Fall. Da sind noch zwei Slots. Wir können noch zweimal die Reichweite erweitern. Guck mal, hier ist kein Silber. Gibt es hier nicht. Blei, Titan, Kalksteinbrocken, Kristallines Aluminiumoxid. Machen wir Titan. Scannen wir Titan. Fräulein. So. Äh. Okay. Ähm. Aufladen. Batterien. Dann haben wir hier noch Energiezellen irgendwo. Warte mal hier. Wir wollen ein bisschen mehr Energie an Bord. Warte mal. Erstmal Strom. Erstmal brauchen wir Strom. Jetzt haben wir 611. So. Da ist das Schätzchen. Guck mal. Ist auch mal. War auch mal lauter. Wie gesagt, die Sounds sind wieder durcheinander, ja? Irgendwie nach jedem Update sind irgendwie die Audiospuren von dem Spiel irgendwie komplett äh, unterschiedlich laut. Pökelt, gepökelt. Trinken. Trinken. Fisch ist da rein. Hier. So. Dann haben wir hier die Blümchen. Damit sie ein bisschen schöner aussieht. So ein 100, 100, 100. So. Dann laden wir mal auf. Und. Das auch. Und das auch. Okay. Was brauchen wir denn jetzt? Wir müssen das mal einsortieren. Okay. So. Äh. Titan. Habe ich irgendwas an Titan? Nein. Wir haben nur ein bisschen Silber dabei. Silberkupfer. Bla, bla, bla. So. Dann holen wir das hier raus. Zwei, drei. Tunen ist auch da rein. Eins, zwei, drei. Das kommt auch da rein. Scheiße. Voll. Ich glaube, ich brauche einen neuen Silberbehälter. Ich glaube schon. Haben wir noch Titan? Eins, zwei, drei. Silberquarz. Quarz. Ein Glas. Ich brauche noch Kupfer für Kupferdraht. Warte, haben wir hier. Wo habe ich denn das Kupferdraht gelassen? Ach so, an Bord von Dingens, ne? Äh. Vom Exosuit. Haben wir noch was. Kupferdraht, 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 Kupferdraht. Kupferdraht, Kupferdraht, Kupferdraht. Hart. Können wir auch hier reintun. Genau. Was kommen hier? Ähm. Gegenstände. Ne, komm, wir machen erst mal hier Silber rein. Zack. Das ist so zum Kotzen. So. Silber. Silber. Mh, 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 mh. Dann holen wir noch mehr Silber raus. Ne, erstmal das Titan hier rein. Wir brauchen ja nicht bauen. Quarz. Diamant kommt hier rein, richtig? Ja, ich glaube schon. Kupfer zurück. Batterien einschließen. Ich glaube, dafür brauchen wir auch einen Extraschrank. Energiezellen und Batterien oder so. Kristallines... Wackel, wackel, wackel. Okay. Ähm. Kristallines Aluminiumoxid. Mein Gott, was wackelt denn immer so? Wackelt immer alles. Guck. Das ganze Bild wackelt hier immer. So, jetzt müssen wir zum Dingens kurz. Wo bist du denn da? Und warum bist du kaputt überhaupt? Warum stehst du schräg? Franz, äh, Franzel der Erste. So. So, da ist auch noch mal mehr Quarz. Äh, Silber, Entschuldigung. Äh, Mist, Tischkorallenprobe habe ich vergessen. Wolltest du noch mal mitnehmen? Haben wir doch nicht. Haben wir nicht auf Tasche oder Lager? Captain. Oh, Systems Online. Okay. Äh, Titan erstmal einsortieren. Äh, Silber einsortieren. So, ich würde jetzt gerne noch mal so ein... Da kommt Equipment dran oder so. Gemischt. Äh. Wie schreibe ich noch mal Equipment? Equipment. Mano! Geht doch. Aufschrift. E- Equipment. Ich hoffe, das ist richtig. Es tut mir leid, sonst ändere ich es um. So, äh, Equipment. Ja, da brauchen wir noch mal ein Schild. Ich will das mal gerade hier vollenden. Oh, das müssen wir noch mal ändern hier. Silber. Ne, es ist nur noch Gold und Kupfer. Gold. Kupfer. Goldkupfer. Kennt ihr nicht Goldkupfer? Seltene Ressource. So. Ähm. Genau. Wir brauchen gerade mal Draht. Kupfer. Draht. So. Grünzeug kommt hier hin. Äh, Natur. Die Naturkiste. Oh, mein Gott. Walter. Natur. Natur. Okay. So. Wir brauchen mehr Strom als erstes da unten. Das bedeutet, wir, äh, boah. Die Batterien auffüllen, kostet auch echt Strom. So. Biokraftwerk. Bio. Biostrom. Biogenerator. Ähm. Moment. Hä? Hä? Ähm. Ich brauche eigentlich den, äh, Atomreaktor. Das wäre schon echt schön. Da. Schmierstofftitan. So. Wir haben unten die Dinger angepflanzt, aber wir können auch einfach so machen. Ich muss eigentlich die Gärten bauen, ne? Und da Sachen anpflanzen. Ja. Das ist wichtig. Eigentlich schon. Oh, es ist wieder dunkel. Ich muss diese Lampen anbringen unbedingt. Oh, das machen wir als nächstes. Erstmal gerade den Bioreaktor bauen. Das wird unser Reaktorblock hier. So. Können wir auch die Sachen hier anpflanzen eigentlich? Da können wir immer wieder drauf zugreifen. Direkt wenn wir daneben stehen. So. So, hier quasi. Äh, da kommen die Bäume rein. Das ist die beste Idee eigentlich. Und unten auch ein. Direkt daneben auch. Hier so. Da ist Titan. Ein Titan. Wir müssen im Moment noch die Dinger erweitern. So. Wieder hoch. Die Baumfrüchte holen. Äh, da komm ich nicht durch. Ach, toll. Unsichtbare Wand. So viel dazu. Und wieder raus. Und dann gucken wir mal gerade, was wir für die Lampen brauchen. Boah, hier sieht man nichts. Ich glaub, das wär echt gut, wenn ich das mal machen würde. Aber ich rede ja immer nur und tu's nicht. Leute, ich seh grad, wir müssen hier aufhören. Ähm, wir sehen uns nächste Folge wieder. Subnautica. Schaltet ein, wenn's wieder heißt. Sinnlos unter Wasser. Oder so. Also, als nächstes bauen wir Lampen und noch mehr Strom. Und bis dahin, Leute. Haut rein. Und bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.